Musik Musik Jetzt gehts weiter und dann... Ja schon sieht die Licht hinten aus Wie halten die Häuser noch? Das ist schon Wahnsinn Hallo Ich will weiter gehen. Oh je. Das war ein weiterer Weg dahin. Komm immer da, wo man hin muss. Das ist immer schön beleuchtet. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt auf Level. Keine Ahnung. Drei. Ja, ein Stock. Sehr, sehr wichtig. Was haben wir hier noch? Ein Revolver. Mit sechs Patronen. Das haben wir neun. So. Aber vorher kann man nicht weiterlaufen, wenn man das nicht umrennt. Ich sehe mir das an. Bleib bei den Mädchen. Wieso? So was mag ich ganz und gar nicht. Wenn man den Klick hat, dann ist es ein bisschen einfacher. Solange der keinen merkt, ist alles in Ordnung. Okay, der erste ist weg. Wie viel haben wir noch? Zwei? Drei. Soviel, ich weiß noch ein bisschen mehr. Oh Gott. Wenn die ein bisschen näher kommen würden, wäre das kein Thema. Wieso greifen die sich eigentlich nicht gegenseitig an? Kommt da doch ein neuer Verlinden? Ne, es sind noch drei Stück. Ich muss jetzt am besten den steigigen Klicker werfen. und den Klicker schon mal ausloggen. Weil das ist der härteste Gegner von allen. Komm bitte näher. Wir gehen nur im Kreis. Das ist richtig nervig. Ja, komm näher. Komm näher. Ach man. Ah, was machst du denn da? Ja, finde ich genauso. Ich weiß nicht, dass du gesagt hast, aber finde ich genauso. Oh, Vorsicht. Oh. Oh, das sind drei, da sind drei hinten noch, also sind jetzt noch vier. Ich muss die alle erledigen, sonst kommen die nicht runter. Die sehen sich nur, das ist das Problem. Oh, der sieht mich, der sieht mich gleich. Scheiße. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Scheiße. Klicker kommt, der Klicker kommt. Nein, er hat mich. Ich hab'n doch den Stein in die Fresse geworfen. Wie gesagt, das könnte jetzt fast dauern. Als erstes immer den Klicker am besten ausschalten. Ich weiß nur nicht, wie. Hab ich das früher gemacht, ey. Müsste so nah an die Klicker gehen wie möglich, ey. Wenn die nicht alle herlaufen würden, ey. Pfeile im Boden würden mir auch gefallen. Hey, komm ruhig einen Tick näher. Ich kann's schon schnappen. Ich muss nur näher an die Klicker kommen. Können die ruhig weitergehen. Ist da was zum Verstecken? Jawoll. Klicker schon mal kaputt. Zwei funktioniert's einigermaßen. Nächster. Komm her. Ich schlag dich zusammen, ey. Ei, ei, ei. Geschafft. Okay. Ja, ich verheimnis mal. Gar nicht schlecht, Joel. Verschwinden wir von hier. Ja, das war jetzt nicht grad besonderlich gut gemacht, ey. Guck, ob das funktioniert hat. Aber zumindest hat's funktioniert. Und unten alles noch ein bisschen finde ich einfach. Das ist einer der schwierigsten Teile, weil man meistens nix hat. Bis auf die sechs Schüsse. Das ist gar nichts. Auf jeden Fall hat's den gut erwischt, den Klicker. Ja, der hat den Kopf mehr. Und neuer Stock. Ein neuer Stock. Jawoll. Hm, das mehr hat sich langsam wieder. Was ich so habe. Und auch da. Das haben wir. Und Schuss. Danke sehr. Sechs Stück ist nicht schlecht. Kommt ihr hoch? Oder wollt ihr unten bleiben? Ja, jetzt kommt's hoch. Ich halte fest, ne? Ja, du könntest durchgehen. Schon komisch manchmal. Beeilung, bitte. Ja, funktioniert. Alkohol. Oder Wasser. Ich denke Alkohol. Ich kann was herstellen. Medikit. Perfekt. Lauschmodus will ich nicht. Also ich spare auf jeden Fall erst auf Meister. Messermeister. Das ist auf jeden Fall das, was mir zumindest auf Stufe 1 erstmal wichtig ist. Dann kann man den Klickratzminz einmal abwehren. Wow. Da geht's tief runter. Dann mal los. Ja. Gehen wir es ab. Alles klar. Hier können wir durch. Ja. Vorsichtig. Obwohl du zum Rücken zustehst. Also Augen im Hinterkopf. Kann ich da noch? Nein, ich kann da nicht entlang. Schade. Ja. Kletter wieder hoch, wenn ich runtergehe. Jetzt komme ich auch noch durch. Natürlich. Mal schön die Sporen abwaschen. die hier gar nicht vorhanden sind eigentlich. Oh. Scheint bequem zu sein. Pardon. Entschuldigung. Zähle waren lang. So. Hoch da. Okay. Wieso ducke ich mich die ganze Zeit noch? Hier ist nichts. Nein. Zumindest hoffe ich mal, dass in diesem einen Punkt, wo ich jetzt auch hingehe, dass da mit so etwas sein soll. Oder ist noch. Hoch. Ich mach gleich mal die Taschenlampe aus, wenn ihr mal so weitermacht. Da ist natürlich was. Was ist das? Akribeband auf jeden Fall. Das andere ist Scheren. Scheren? Nee. Tabletten. Zumindest ein bisschen. Hätte nicht allzu viel, aber immer die Chance zu überleben ist ein bisschen größer geworden. Ich finde, Wana sind eigentlich keine Probleme, ne? Weil sind zwar viele meistens, aber die kann man mit's verkloppen. Mit purer Hand. Ich kann nichts anfertigen. Was hab ich denn nur jetzt alles? Okay. Oh, da sind wir. Teile, teile, teile. Sehr, sehr wichtig, immer. Tabletten. Das sind nicht viele in letzter Zeit. Da, am Ärmel. Firefly. Ja, die sind vom Rettverfolg. In der Stadt wie draußen. Na, hoffen wir, dass noch jemand lebt, der zum Treffpunkt... Molotov. Setze Molotov-Cocktails ein, um viele Gegner auf einmal zu erledigen. Ein brennender Gegner kann sogar einen anderen entzünden. Mit L2 kannst du Molotov-Cocktails in Bogen werfen, um Gegner zu treffen, die in Deckung gegangen sind. Gehe sorgsam mit deinen Vorräten um. Für Molotov-Cocktails brauchst du die gleichen Bestandteile wie für Medikits. Kommt. Na, mach mir direkt noch... Wohl, soll ich noch eins machen oder lieber Medikit? Ein Molotov-Cocktails ist wichtiger als mal. Ein Zettel. Ich hab ja gerade einen Zettel aufgehoben. Hatte Fakte? Das ist die Route. Sind die jetzt sortiert oder was? Einberufungsbescheid. Lagerausschlüssel. Hatte immer noch. Karte von Boston. Na ja, keine Ahnung, was gerade wie ein Zettel war. Firefly-Karte. Hm, schicke Karte. Triff dich mit der zweiten Fire... mit dem zweiten Firefly-Team beim Rathaus. Mädchen, 1,60 Fragezeichen 14 Jahre alt, Rotarek. Aus der Quarantäne-Zone. Siehst du? 1,60? Hm. Jetzt haben wir wieder Spaß. Da drüben, siehst du's? Mann, wir sind fast draußen. Okay, Joel, du gehst vor. Ich pass hinten auf. Ellie, egal was passiert, du bleibst bei ihm. Pass gut auf. Klar. Das ist mal ein richtig großer Fehler mit dem Klicker lautlos. Klicker können dich auch noch hören, wenn du dich duckst. Schleich, äh, Analogstick leicht antippen, um leise sich zu bewegen. Wenn man dich hört, halte an und warte, bis er sich, äh, bis du dich sicher bewegen kannst. Ich weiß, es hat schon mit Klicker zu tun. Was haben wir hier drin denn? Ein Messer. Hallo, Klicker. Wenn der Wanna nicht da jetzt wäre. Friss das! Nicht ganz so gelungen, wie erwartet. Dein, bitte. Kommt in Molotow geflogen. Brennen zumindest mal beide. Oh, da kommen noch zwei Eifer zu. Geht da schön hin, in die Flammen, bitte. Oh, noch ein Klicker. Ah, hier, Friss. Ja, genau. Bleib da bitte stehen, jetzt brennst du dann. Brenne! Oh, da muss man sein. Oh, scheiße, John. Tja, so ist es halt. Wie gesagt, hier ist unkommunerweise einfacher, obwohl hier viel mehr Gegner sind. Schach mal hier, danke. Ich habe ja Fäuste zur Not. ein Zettel. Vergrößern, lesen. Direkt. Von der Buchhandlung lässt uns sein Safe benutzen. legt mein Zeug rein, wenn heute Abend abgeschlossen wird. 3, 43, 78. Ja, wir haben Zeug. Ich bemute dich so schnell hier rum zu rennen. Weil Gegner sind auf jeden Fall noch hier. Ja, renn noch lauter. Hab dich. Tja, leg dich nicht mit Show dann. Auch wenn er schon einmal gestorben ist. Oh, Patron. Ich habe einen Klicker noch gehört. Obwohl, ein Klicker ist immer noch einfach. Wenn der alleine ist. Ah, das ist ein Klicker. Hat richtig beide Monatop-Korkles weggeworfen. Auch nicht schlecht. Hm. Und noch mehr Patronen. Was habe ich jetzt mehr Patronen? Für die oder für die? Ja, für die. Laden wir mal nach. Helf. Wahnsinn. Flasche? Flasche. Wieso so viele Flaschen? Okay, irgendwann muss man so benutzen, weil man keine Steine findet, aber ja, so viel sagen, findet keine Steine. Der Klicker. Hallo, Klicker. So ein Gegner daneben, ne? Ja. Bewegt dich mal nicht so. Boah, ist schwer zu treffen. Das ist irgendwie echt Hammer. Ich glaube, das ist Problem. Erwürgen. Ja. Ellie, knack den Save. Darf ich den Save haben? Danke. 50 Teile. Kommt er da wieder? Sind schon mal nett. Ich hab so einen schönen Stein, den ich hier gerne in den Kopf werfen will. Bist du alleine oder sind da mehrere noch? Friss Stein! Da war noch einer. Friss Flasche! Ja, läuft doch gut. Das ist meine Taktik. Klicker und irgendwas gegen den Kopf werfen und damit den Stock hinterher schlagen. Weil da können sie nichts mehr tun, weil sie sind ja genauso verwirrt wie alle anderen. Oh. Ich bin hier gerade durchgegangen, ohne Leben zu verlieren. Habe ich auch selten.